Musik Okay, wir müssen da Lederremse jetzt machen Die Nahrungskette von Lederremse Natürlich, Nahrungskette, Nahrungskette, Sonder Besitzen ja Bücher Ja, Bücher So, Lederremse haben wir, haben wir, haben wir Wir haben eigentlich alles schon drauf auf dem Schiff, was wir brauchen Ja, wir könnten noch ein bisschen an Werchter mitnehmen Ansonsten, Lederremse müssen wir hier produzieren Ne, nicht hier Scheiße, doch Salam Aleikum Es ist mir wie immer eine Ehre Ich danke euch im Namen des Sultans Salam Aleikum Was? Eine Produktion kommt zum Erliegen Ein bisschen komisch hier, aber na gut Gott segne euch für eure Hilfe Erst noch eine kleine Wegzehrung und auf geht's Oh, das schafft ihr schon hier Das gefällt mir Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her Alles, was das Chef begehren Was gibt's denn heute zu begehren? Und schwupp Kriegen wir noch ein Nö, hier kriegen wir keins mehr hin So Hätten wir es hier auch mal ein bisschen geklärt Gott, ich hatte schon völlig vergessen So, haben wir wieder aufstiegsrecht hier Ja 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 Ja, wir haben verdammt viele Aufstiegsrechte hier gesammelt Oh, sorry, wenn ihr das gerade zieht, aber Mann, das ist einfach mal Unerträglich geworden mit dem Nun ja Ihnen stehen weitere Gebäude zur Verfügung Ja Ja, das wollte ich Salz Reisen Kein Vorkommen Sohle, vorkommen Schiff ausenten Wir reisen danach Wo ist denn das Schiff? Wo ist denn das Schiff? Achso Sohle, vorkommen Ja, kommen So Der Erfolg dieser Angelegenheit Hängt von eurer Unterstützung ab Ja, eben habe ich schon gedacht Ein Ritter Wovor steckt sich denn der? Hm Sie haben die gesuchte Person gefunden Ja, aber ich moffen hier Da unten gehen Die Personen Einpacken Und zum Al-Chazir Boah, schon fünf Ist schnell gegangen Hier heute So Wir haben hier Holz Brauchen wir doch einfach mal Ein Holzfäller hin Habt ihr in der euch anvertraut? Allah segne euch Für eure Zuwanderung Ein erstklassiges Segeltuch Okidoki Dann werden wir mal hin Hoch, ist er verdammt schnell auf der Garde Ihre Wasservorräte werden knapp Bei Allah Gewährt mir eure Unterstützung Ich helfe euch gerne aus Ok, dann schief zurück Dann kommen Dann laden wir geschwind Zehn Tonnen Mehl hinein Ein gutes Geschäft Mehl, 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 Mehl Zehn So Wie viel haben wir 21 Minuten ist er mal schneller hin Als er denkt Eine Produktion kommt zum Erlegen Ihr habt euch wirklich für mich ein Allah möge euch für So Wir haben jetzt Kohle Ach, darum hast du an den Kohle, Dings Kohle Kohle vorkommen Hm Komm ich irgendwie Kohle 2 oder so Betrachtet diese Baupläne Als Geschenk Unseres Volkes Ok, dann machen wir hier mal Einen Kohler hin Ist ja Muss auch zurecht kommen Wenn man wenig zu tun hat Und wir müssen ja auch Genau 15 Tonnen Holz Nee, eigentlich gar nicht mehr Weil wir haben ja jetzt Aha Schiffsbau abgeschlossen So Den haben wir Hier laden wir das gute Salz Hier laden wir es ab Und das Schiff Kommt dran Salz Salz So Sehen wir auch So kommt Schiff an Ladet ab Und geht nach hin Sonst müssen wir natürlich Das Schiff Noch So sagen wir mal Salz vorkommen Und Leder Heute und so Werden ein kleines Kinderspiel sein Im Gegensatz zu dem Was wir dann Haben So Hätten wir mal Da Jetzt brauchen wir noch Die Heute und für das Genau brauchen wir noch Ein paar Steine Und Ich bin gern Bereit Ihr wisst schon was ich meine Ihr habt ein gutes Geschäft gemacht Hervorragend Genau Ein gutes Geschäft Ist mir willkommen Ähm Äh So Dann hätten wir Das Ah genau Das brauchen wir noch Vier Vier Okay der will vier Jetzt haben Ich glaube es müssen wir bei uns Zuhause noch machen Hey Äh klar Hm Okay Jetzt reichen die Seilen nicht oder was Allah Siegne euch für eure Zuverlässigkeit So und jetzt Ein Neuer Zip Von hier Nach Da Mit dem Scheiß Schippel So vom 1 Packen wir Wo ist denn das Lederhemse Da Lederhemse Wieder raus Werde ich Lederhemse Leder Wämse Oh Leder Wämse Ne Äh Hallo Äh Geht nicht Ah Ich kenne das Solide Wämse Es ist der Ausdrückliche Wunsch des Kaisers Dass ihr euch Hiermit Befasst Wo Mast Denn mit Habt ihr Wieder Etwas Schief Gebauten Wie Viel Schiefbrüche Wollten Ihr Noch Haben Scheinlich Zu Fassen Wie Viel Schiefbrüche Gebaut Auf Ein Verdammten Schiff Sein Können Eine Produktion Kommt Zum Erlieben So Da Können Wir Jetzt Noch Und Dann Auch So Eine Schenke Hin Was Kann Ich Dem Kaiser Über Den Auftrag Ich Bin Froh Dass Ihr Euch Dieser Wichtigen Angelegen Schiff Ahoi So Wetten Es Die Leder Wemse Wie Schnell Geht Das Hier Hoch Achso Das Das Salz Dings Nein Du Start Es Das Leder Wams Ding Leder Leder Wams Komm Mal Schauen Wie Groß Das Ertrag Fünf Ach Komm Jetzt Gehen wir Frei H H Haben wir Schon Mal Die Ursache gefunden Wir Haben Zu Wenig Davon Und auch mal zu wenig von Wäschzeugen. Die müssen wieder kaufen gehen bei überteuerten Dingern. Schon mal sieht sich wieder mal ein bisschen das Aussichtchen hier mit den guten alten Tugenden von damals mit Händlergeschick. Meine Lager Wenn es weiter nichts ist, womit ich behilflich sein kann. Ich hoffe, es geht abonnt. Ich hoffe, es geht abonnt. Ich hoffe, es geht abonnt.